Hallöchen! Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für die ganzen Glückwünsche bedanken, die mich erreicht haben und sicher noch erreichen werden. Ich habe Ständchen bekommen, ich habe schöne Bilder bekommen, ich habe wunderbare Nachrichten bekommen, ich habe sogar Post an den Ort bekommen, wo ich gerade bin. Also ich werde gefunden und ich möchte gerne etwas mit dir teilen und zwar habe ich mir das schönste Geschenk gestern selber gemacht, nämlich als ich aufgewacht bin, da hatte ich glaube ich zum ersten Mal das Gefühl in meinem Leben, dass ich nichts brauche. Die Freundin, bei der ich hier gerade zu Besuch bin, die hat mich irgendwie vorher gefragt, was wollen wir machen, was willst du irgendwie Besonderes tun und so und ich habe gemerkt so, nee, ich bin gerade mit allem so zufrieden, dass ich keine Extras brauche. Das läuten noch die Glocken hier. Und da bin ich total glücklich drüber, dass ich, ja, dass ich da jetzt irgendwie so bin gerade und jeder Tag, dass ich mir den so gestalten kann, dass es mir gut tut und ich erfüllt bin von dem, was ich mache, dass ich an dem Ort bin, der mir gut tut, ja, in der Natur zu sein. Also ich freue mich dann natürlich auch, wenn ich meinen eigenen Ort irgendwo gefunden habe, aber gerade mag ich auch den Zustand noch, wo ich jetzt bin. Also ich kann dir nur empfehlen, deinen Wünschen, deiner Intuition zu folgen, dich zu trauen, den Mut aufzubringen, die Dinge zu verändern, die sich für dich nicht gut anfühlen und ja, ich wünsche dir ganz viel Mut und Liebe auf deinem Weg und freue mich, wenn wir uns irgendwo wiedersehen oder zum ersten Mal treffen und ja, alles, alles Liebe für dich. Vielen Dank.